Einen wunderschönen guten Abend euch allen zusammen. Hey Alex, hey Daniel, hey anderen Lurker, die auch schon da sind. Da bin ich wieder. Und wie gesagt, wir fangen heute erst mit ein bisschen Dorfromantik an, bevor wir dann später in Folge springen. Hab immer noch Lust auf mehr Dorfromantik. Ja, über 10K, da haben wir ja auch schon das letzte Mal die ganze Zeit drüber geredet, dass das mein erster Run gewesen ist und so, ne? Schon wieder alles vergessen. Geht ja mal gar nicht. Komm, mal sehen, wie aufmerksam du bist. So. Schrecklich. Ja, spielen wir erst ein paar Röntgen Dorfromantik. Und dann. Ja. Bisschen Vorgleich später. Würde ich sagen, fangen wir auch einfach direkt an, nicht wahr? Warten wir gar nicht lange drumherum. Sondern springen einfach mal rein. Fangen wir hier direkt mit ein bisschen Wasser an. Geht ja mal gar nicht. Geht ja mal gar nicht. Du kommst da hin. Dann haben wir auch schon. Und auch schon Gleise mit dazu. Sehr gut. Äh, euch setzen wir mal da hin. Wir haben schon ein wachsendes Feld, nicht wahr? Äh, du kommst da hin. Machen wir da so. Warte, du bist eine Stadt. Dann haben wir auch gleich zwei davon. Äh, dahin. Dann ist es noch gar nicht miteinander verbunden, ne? Jetzt aber. Jetzt aber. So. Noch mehr Wasser. Was kann dann da irgendwo hin? Hm. Und direkt fangen wir schon mit so einem Kärtchen an, ja? Ist ja schrecklich. Führen wir am besten eine Schiene versuchen, mal hier lang zu führen. Irgendwie hier oben, dass wir das noch verbunden bekommen. Wobei, müssen wir noch ein bisschen mehr Umweg nehmen, damit wir das hier noch da dran bekommen, ne? Macht mir jetzt schon wieder alles das Leben schwer. Dann habe ich jetzt noch die Kanten da offen. Das passt doch da ganz gut hin. Hey, noch mehr so ein Quatsch. Äh. Ah, machen wir am besten so, ne? Das kommt am besten da. Dann können wir das Wasser gleich noch verbinden. Ja, doch. Ihr kommt mal da hin. Können wir jetzt auch einfach da mit verbinden. Dann hätten wir da ein größeres Stück Wasser. Das können wir ja mal machen. Machen wir das mal so. Oh. Das kann da hin. Das kann hier hin. Das kann... Wenn ich das hier hinsetzen, dann... ...wird das... ...wird der Flüster so weiter neben der Schiene herlaufen, ne? Ja, so definitiv nicht. Das wäre... Das wäre sehr unschlau. Außer ich würde gleich einen Wasserbahnhof bekommen, ne? Dann doch eher so. Da haben wir ja noch ein paar mehr offene Kanten. Dann setzen wir dich einfach mal... ...hier hin. Das Feld würde ich ja gleich eh abschließen, wenn ich da mehr Schienen bekomme, ne? Das heißt, der Kornspeicher kommt hier unten hin. Das sind mehr als zwölf Häuser hier. Jupp. Kommt ihr da hin? Noch so ein Kärtchen. Ist ja furchtbar. Oh Gott. Das kann da nicht hin. Du kannst es dir aber hier gemütlich machen. Die kommen besser erst da hin, ne? Machen wir das so. Das sieht hier jetzt schon grausam aus. Ja, ist grausam, ne? Finde ich mal gar nicht gut. Ach, bekomme ich jetzt gleich noch wieder so eine mit vier Richtungen. Oh, nee. Hm. Machen wir hier mal irgendeinen Quatsch zusammen. Du bist auch schon zu groß. Dann kannst du... Hier will ich es jetzt auch nicht unbedingt haben, ne? Da ist das ganze Wasser noch im Weg. Da kannst du Kornspeicher eher dahin. Machen wir erst mit der Quest hier weiter, würde ich sagen. Das noch da hin. Dann haben wir... Oh. Äh. Kann ich hier nicht mal direkt anschließen, weil... Deine Quest dran ist. Dann kommst du da hin. Das passt sehr gut. Das Teilchen kann ich dann jetzt sogar gleich mit einem der nächsten Felder abschließen, ne? Das passt. Guck mal, ein Wasserbahnhof. Wo ich gerade noch davon geredet habe. Hm. Machen wir erst mal mit dem hier weiter. Die Frage, was wäre ein guter Platz dafür? Wahrscheinlich hier gerade mal so eine Ecke. Dann könnte ich die Schienen auch da hinlegen, ne? Könnte ich halt nur nicht damit arbeiten. Könnte ich auch hier dran bauen, aber dann ist halt auch Quatsch. Dann machen wir es erst mal da hin. 43 plus Häuser. Guck mal, noch ein Feld, was gleich abgeschlossen ist. Das sind schon mehr als 15 Felder. Das ist ja doof. Dann darfst du hier wohnen. Das sind nicht genug dafür. Das hier geht aber noch. Hätte ich das hier schon... Hätte ich den Wald schon abgeschlossen, wäre die Quest wahrscheinlich kleiner gewesen, nicht wahr? Okay, du passt... Da hin. Weil ich mir ja eh so einen Weg hier lang bauen will, kommt die Schiene mal da hin. Du kommst da hin. Das ist ja schön. Ja doch, du darfst erst mal da wohnen. Hier da hin. Der Wald geht in die Richtung weiter. Da hatte ich ein Schienen-Endstück. Das kann ja erst mal hier wohnen. Das wäre, glaube ich, auch noch eine Sache schön zu haben, dass ich irgendwie mir so auch die... Wenn hier jetzt eine Quest wäre, kann ich ja mit der Maus da drauf und dann zeigt es mir die Kanten an, die noch offen sind. Also das wäre, glaube ich, auch einfach so manchmal ganz praktisch, das haben zu können, ne? Manchmal, glaube ich, ganz hilfreich. Machen wir das da hin und... So verbunden bekomme ich es nicht, aber wenn ich das so mache, kann ich da gleich einfach ein Stück Wald ransetzen, ne? Oh ja, das passt nicht. Ja, wie viele Kärtchen das sind, muss ich nicht unbedingt wissen, wenn da keine Quest ist. Es geht mir eher darum, dann besser sehen zu können, wie ich das... Wo ich das abschließen kann, damit das nicht einfach weiter wächst, während da gar keine Quest ist. Darum geht es mir ja gerade eher... Reicht das schon? Wo ist da noch eine offene Kante? Ach, hier oben. Ach ja, natürlich. Sehr schön, jetzt kann ich das auch sogar direkt verbinden. Mein komischen Wasserpark. Ja, das setzen wir erst da hin, dann können wir schon mal eine von den Quests beenden. Ja, das setzen wir mal nicht da dran, das ist, glaube ich, etwas ungünstiger. Dann setzen wir dich einfach hier zwischen. Ja. Dann darfst du in den Wasserbahnhof fahren. Gott, mehr Baumquests. Dann haben wir schon wieder Sonnenkärtchen. Das passt ja auch so... Nee, das passt überhaupt nicht so ganz gut. Weil wenn ich das so mache, dann habe ich das... Das Feld hier ja ist dann sehr unpraktisch, ne? Aber wenn wir es so drehen, dann haben wir halt einen kleinen Kreis im Bahnhof. Irgendwie müssen die Züge ja auch umdrehen können, nicht wahr? Ja, machen wir das so. Hm. Ja, da passt es nicht hin, aber du kannst ruhig mal dahin. Können wir die drei Quests endlich beenden? Der eine davon hat ja eine Flagge und dann mache ich das direkt zu. Sehr schön. Dann machen wir hier einfach so weiter. Wo setzen wir dich, Kärtchen, denn hin? Da passt du nicht hin. Ich bekomme jetzt gleich schon wieder eine Schiene mit einem Fluss da dran. Du kommst trotzdem da hin. Können wir dich da dran setzen? Brauche ich jetzt nur noch so ein Kärtchen mit einem Feld, wo es dann aufhört? Dann hätten wir das direkt auch wieder drei Quests abgeschlossen, nicht wahr? Weißt du was? Da bist du noch ganz in Ordnung. Das hier will ich jetzt gleich eigentlich zumachen, ne? Können wir hier eine kleine neue Häusergruppe anfangen? Dann haben wir hier ein großes Feld Wasser, was auch ganz viel Wasser bei sich haben möchte. Das könnten wir einfach mal da hinsetzen. So eine kleine Wasserkurve wäre hier auch noch praktisch, dass wir das hier zumachen könnten, ne? Ja, machen wir es da hin. Machen wir damit die Quests zu? Das passt hier auch sehr schön. Warte mal, wenn ich... Oh, das war ja eigentlich gar nicht so schlau. Dadurch, dass ich das Ende jetzt da habe, kann ich hier... Kann ich hier ja gar nicht mehr vernünftig weg, ne? Das war gar nicht mal so schlau mitgedacht. Haha. Hm. Hm, hm, hm. Das ist natürlich etwas ungut, ne? Müsste ich jetzt hoffen, dass ich hier irgendwie so ein Schienenkärtchen bekomme. Jetzt in dem Fall, wenn ich das hier hinlege, dann im besten Fall, was so eine Kurve so hat, aber auch nach unten raus geht, ne? Das ist ja jetzt unpraktisch. Hm. Weil ich will jetzt hier auch nichts direkt in die Nähe legen, je nachdem, was für ein Kärtchen ich bekomme. Wenn ich jetzt eins bekomme, was hier so zusammenläuft und nach oben weg oder so... Dann will ich natürlich nicht schon eine Schiene in der Nähe liegen haben. Dann könnten wir eher hier weiterbauen erst mal, ne? Das hier wollte ich eigentlich auch immer noch zumachen, aber dann bauen wir da halt jetzt noch mehr dran. Da noch ein schön offenes... Genau, das kann ich... Es ist halt... Es ist theoretisch noch nicht abgeschlossen, aber hier eine Schiene rauszubekommen, ist halt auch schwierig, ne? Deswegen bauen wir trotzdem erst mal hier unten weiter. Dann kommt da noch ein Stück Wasser hin. Dann können wir das in die Richtung langsam zusammenfließen lassen. Dann bekommen wir hier noch mehr Städte. Oh Gott, da sind ja noch viel mehr offene Kanten, als ich gedacht habe. Dann setzen wir dich einfach mal so dahin. Ein Wasserbahnhof geht hier natürlich jetzt auch sehr schön, ne? Der bietet sich da auch sehr gut für an. Bis da jetzt dann vernünftig weiterzubauen. Sehr schön. Machen wir das da hinzu. Hm. Wie bauen wir das denn hier mal weiter? Aber das können wir jetzt hier erst mal in die Richtung weiter wegfließen lassen, irgendwie. Können wir das hier so machen? Dann können wir den Fluss hier erst mal verschließen. Nee, weißt du was? Du darfst erst mal da hin. Verschließen wir die Kante hier mal. Guck mal, jetzt bekomme ich sogar so ein Schienenstück, was ich gesagt habe, was ich hier gerade bräuchte. Und jetzt, wo ich den Bahnhof da habe, will ich es gar nicht mehr haben. Schrecklich. Dann kommst du mal so klar hin. Das geht schon. Dann können wir aber die, das eine Teil einfach wieder in den Bahnhof laufen lassen, na? Lassen wir das so da wegfahren. Machen wir das so. Das Wasser kann da erst mal so, wie es aussieht, nicht dran. Das sind definitiv mehr als acht Kärtchen, ja. Aber das könnten wir so machen und dann später hier irgendwie dran schließen, na? Da bekomme ich gleich schon ein Kärtchen mit einem Reh. Warte, der Wald hier ist immer noch offen, na? Und natürlich ist das zu viel, äh, zu wenig. Aber dann stellen wir dich hier dran. Ich bin ja eh so halb dran, daran am Arbeiten, den Wald hier auch irgendwann abzuschließen, na? Ist halt, viele Waldkärtchen sind halt aber auch immer so, dass da dann so viele offene Kanten dran sind, na? Da ist eine Schiene dran. Hm. Machen wir das da hin. Huch. Da habe ich jetzt nur noch die eine offene Kante. Dann könnte ich dich... ...oder so machen. Das setzen wir da jetzt gerade nicht dran. Das kann da hin. Dann machen wir das bei dem Feld aber so. Oh. ...wieder Wasser mit Schienen. Ich glaube, so rum ist gerade besser. Könnten wir das irgendwie vielleicht noch zusammen machen, dass das hier rüberkommt, ne? Vielleicht. Ich glaube, da sind sogar zwei offene Kanten. Aha. Gar nicht gesehen. Das sind mehr, ja. Hatte ich nicht irgendwo noch eine offene Feldergruppe, äh, eine offene Häusergruppe? Die sind schon abgeschlossen. Hier oben habe ich noch ein paar, genau. Gar nicht so weit weg von dem Rest. Machen wir das erstmal so und müssen dann auf so eine Kurve hoffen oder so, ne? Die Schienen machen hier auch wieder ein bisschen Slalomfahrt. Wobei, ich wollte ja eigentlich hier noch zumachen. Naja. Können wir später auch noch machen. Läuft uns ja nicht weg, ne? Machen wir da erstmal weiter. Okay. Ich brauche ja mal noch Warte. Das sind... Genau, solange ich hier nicht einen längeren Weg als fünf baue, ist das alles okay. 28. Das kommt auch mit hier dran. Vielleicht zwei, die dann auch abgeschlossen werden wollen. Das kann hier hin. Dann machen wir das jetzt hier zu. Sehr schön. Kommt aus jedem Weg von dem Wasserbahnhof einfach Schiene raus, ne? Sehr schön. Schon so ein bisschen, ne? Ja. Die letzte Kante war hier, genau. Oder? Ja. Sieht dann hier jetzt ein bisschen sehr interessant aus mit dem Wald, aber das ist okay. Ah, sehr schön. Haben wir das Kärtchen, was ich haben wollte. Machen wir das einfach so. Ja, ich benutze das auch so gut wie nicht. Gerade jetzt, wo es größer wird, muss ich ja eh schon sehen, dass ich meine Orientierung behalte. Und wenn ich dann jetzt noch die Kamera rumdrehe, wird das schwierig. Jetzt ab und zu drehe ich die mal, aber dann drehe ich sie auch wieder zurück. Wenn ich mir dann das angeschaut habe, was ich mir anschauen wollte. Damit ich dann immer noch weiß, wo ich bin. Dann machen wir das erstmal so. Das sind mehr als drei Häuser. Das heißt, ihr kommt da hin. Machen wir aber so, dass wir die Kanten weniger offen halten. Machen wir hier einfach einen kleinen Waldstreifen, ne? So einen ganz kurzen. Nur ein paar Kärtchen lang. Das heißt, ich will eigentlich an keinem der beiden Gruppen dran haben, ne? Das... Ihr kommt einfach hier in die Nähe, aber gehört nicht ganz zusammen. Ah, das Kärtchen hätte ich gerne nach der anderen bekommen. Dann hätte ich jetzt hier... Ah, nee, warte. Ich brauche ja sogar die Kurve hier so. Haha. Passt ja doch besser als gedacht. Ihr könnt mal da hin. Ja. Äh. Du kannst dich da aufteilen, würde ich sagen. Jetzt einfach ein paar Bäumchen hier rein. Das Feld kommt hier hin. Dann haben wir die Quest sogar direkt fertig. Machen wir das so. Dann haben wir wieder einen Wasserbahnhof. Bauen wir direkt neben den anderen Bahnhof, weil du brauchst... Du brauchst zwei Bahnhöfe direkt nebeneinander. Ja, ja. Ich glaube, der passt hier gerade ganz schön. Bist du mal da dran? Sieben, das sind... Noch keine 37, ne? Na gut, dass ich gerade noch nicht so weit bin, das hier abzuschließen, ne? Dann können wir das so machen. Wo setzen wir dich denn mal hier dran? Dahin? Wir werden dann auf die Seite. Fünf Häuser brauche ich noch. Ich habe nur eine Kante. Dann setzen wir dich hier dran. Du darfst hier wohnen. Ihr könnt da dran. Dann werden wir hier hin zurück. Könnte ich jetzt auch hier so zusammenbauen, ne? Brauchte ich noch so eine Kurve, aber... Oder so ein... Hier wird ja dann auch so ein Teil wie hier dran passen, was da eh schon liegt, ne? Können wir mal ruhig so machen. Ein Schienenabschluss. Hier hin. Dann haben wir die Schiene so gesehen auch fertig. Ist zwar nicht viel, aber... Muss ja auch nicht, ne? Du kommst einfach mal da hin. Dann haben wir hier eine Quest mit 36 Feldern. Das passt auch gerade noch wunderschön hier dran. Das sind mehr als fünf Häuser, ja. Dann kommst du hier hin. Dann machen wir aus der einen Waldkante wieder drei. Um das wieder zu einer zu machen. Ich wollte das hier eigentlich gerade zumachen, ne? Aber dann halt eben nicht. Setzen wir das da dran. 39 plus Schienen. Fahren wir langsam in die Richtung. Da ist wieder so ein Kärtchen aufgetaucht, ne? Okay. Dich, Wasserfeld. Müsste ich eigentlich mal hier hinsetzen, damit ich das... Damit hier der Fluss nicht die ganze Zeit offen steht, ne? Wobei natürlich sich das hier oder hier auch sehr schön anbieten würde. Und die zwei Sachen sind ja noch gar nicht verbunden, stimmt. Weißt du was? Dann setzen wir das erstmal hier hin, damit wir die Quest fertig haben. Sehr schön. Mein Wald wächst auch schon wieder weiter und weiter, ne? Setzen wir hier einen kleinen Schienenabschluss hin. Das sieht doch auch ganz hübsch aus, ne? Warum denn nicht? Die Bäume will ich gerade eher hier haben. Machen wir das so. Dann kommen die Häuser hier hin. Oh, noch eine Waldquest. Wird jetzt auch wieder so ein Wald, der immer weiter wächst und den ich nie zubekomme, ne? Ich seh' da schon jetzt. Hm. Ja, doch, so können wir das noch bauen. Das sollte noch sicher sein, dass wir die beiden Städte nicht zusammenbauen. Habe ich jetzt auch nur die eine Kante? Dann kann das Häuschen mal da hin. Dann kommt ihr da dran. Guck mal, jetzt bekomme ich sogar das Kärtchen, was ich haben wollte, ne? Und das hier eignet sich auch sehr schön, um das hier zusammenzubauen. Fahren wir mit dir einfach weiter in die Richtung. Dann haben wir Sonnekurve, hatte ich doch gesagt. Genau, die wollte ich noch hierfür haben. Hm. Das könnte ich auch hier reinsetzen und auf zwei kleine Kür... Auf zwei kleine Kürfien hoffen. Kürfien. Zwei kleine Kür... Kürfien. Das klingt ja auch doof. Aber ich glaube, das ist doch schon besser hier aufgehoben. Zwei kleine süße Kürfien. Oder so. Ach ja. Okay, das passt hier nirgendwo schön hin. Das könnte ich hier hinsetzen. Aber... Ich glaube, das will ich eher hier so bei dem Wasser haben, ne? Machen wir das so. Machen wir das direkt so zusammen. Direkt wieder zurück. Könnte ich jetzt direkt auch wieder so machen, aber ich glaube, hier möchte ich das tatsächlich gerade noch gar nicht. Machen wir hier den Bahnhof zu. Machen wir das so. Arbeiten wir mal hier an dem Feld ein bisschen weiter, ne? Ist auch schon wieder größer geworden, als ich das eigentlich wollte. Die hier will ich, die müsste ich auch mal langsam fertig bekommen, ne? Wird langsam eh sowieso ein bisschen knapp. Noch eine, okay, die kann ich jetzt hier nicht mal richtig anbauen, aber ich könnte das so hier hinstellen, ne? Jetzt brauche ich mir ja auch gerade einen komischen Weg zusammen, ne? Ich bekomme hier so viel Wasser, aber keine Quests dafür. Das ist auch unschön, ne? Ah, das geht noch. Machen wir das so. Äh, das ist auch kein schönes Kärtchen. Äh, das ist auch kein schönes Kärtchen. Also ich, das Problem ist, ich bekomme nur einfach keine Quests fertig. Jetzt hier mal wieder eine. Dass ich mal neue Kärtchen bekomme, ne? Das ist gerade wieder so ein Problem. Wie viele Kanten habe ich hier noch offen? Drei Stück. Ne, sogar noch eine mehr, verdammt. Die Bäume benutze ich aber hier, weil ich dann eine der Quests fertig mache. Ach, genau. Die Stadt hatte ich ja auch schon fertig. Äh. Wollte ich auch mal endlich ein Kärtchen mit zwei Häusern, dass ich das hier fertig machen könnte, ne? Dann hätte ich auch schon wieder drei Quests fertig. Hier kommt mal da hin. Noch so ein unschönes Kärtchen. Äh. Kommst du mal da hin? Äh. Nee, jetzt gerade wird er so ein bisschen nicht, ne? Ist gerade alles etwas unpraktisch. Ja, das ist gerade ein Kärtchen, was ich definitiv brauche, sondern... Das ist auch ganz leeres. Das kann hier wohnen, von mir aus. Oh, Kärtchen mit zwei Häusern. Sehr schön. Puh. Dann sind wir zurück auf 16 Kärtchen. Sehr schön. Jetzt bekomme ich eine Wasserquest, aber die hat eine Obergrenze. Verdammt. Ist ja wohl nicht wahr. Ja. 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 Oh Gott, ein neues Feld. Haben wir hier schon eins angefangen? Ah, das hier war noch nicht verschlossen. Deswegen ist die Quest so groß. Deswegen stehen ja auch immer noch zwei Flaggen. Ich wollte die abschließen und dann war ich erst wieder von einem anderen Kärtchen abgelenkt und bin dann weggegangen, ne? Verdammt. Oh, und dich habe ich auch wieder noch nicht. Zu. Hey, mehr Wald. Und ein neuer Wasserbahnhof. Ich hätte es gerade eigentlich gerne hier an die irgendwie mit dran ansetzen, aber hier bräuchte ich gerade mehr Wasser dran, ne? Muss ich gleich mal oben rausfinden, was das noch für ein Kärtchen ist, ne? Äh, wir setzen dich trotzdem jetzt erst mal da hin. Fahren wir so gerade knapp vorbei, ne? Äh, das Feld war hier. Machen wir das so. Eigentlich bräuchte ich die Bäume gerade mehr hier so, ne? Das lohnt sich, glaube ich, auch nicht. Ich habe ja auch hier fast bald eine Schienenquest fertig. Machen wir das mal da hin. Du kommst hier hin, du hoch. 82 Wasserkärtchen. Haben wir hier noch elf oder so neun. Jetzt so wenig Kärtchen, wie ich habe, an zwei Wasserquests zu arbeiten, würde mir wahrscheinlich eh nicht viel bringen, ne? Das heißt, wenn ich die zusammenbaue, hätte ich da ein ganz kleines bisschen mehr von, ne? Machen wir das. Schon wieder so viel hin und her. Also, du kannst mal da hin. Ich könnte auch mal ein Stück rauszoomen, dann muss ich nicht so weit hin und her. Coin-Speicher. Skin freigeschaltet. Sehr gut. Haben wir hier wieder eine Sache fertig. Genau. Da ist auch noch eine Kante offen. Jetzt wird hier wieder rumgemut. 14 Schienen. Hm. Könnte hier bei dem Wald sein. Machen wir das so. 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 Machen wir hier mehr Schienen für hier oben. 24 passt hier nicht dran, aber hier dran. Sehr schön. Nur, dass ich noch so ein relativ kleines, fast verschlossenes Feld habe, ne? Du kannst da oben wohnen. Ihr Häuser kommt irgendwie hier dran. Wird trotzdem langsam wieder ein bisschen knapp, ne? Die Quest könnte ich so schon mal machen, aber dann bräuchte ich immer noch drei Kärtchen, um das dann abzuschließen, ne? Aber ich bekomme ja schon mal fünf. Und dann kann ich die beiden sogar... Warte, seid ihr nicht miteinander verbunden? Ach, weil das so... Ja, 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 ja. Da würde ich eher, glaube ich, darauf hoffen, dass ich ein anderes Kärtchen bekomme und dann die beiden noch schnell zusammenführen kann, ne? Das wäre wahrscheinlich gar nicht so unschlau. Du bist auch mal ein Kärtchen, will er, ne? So, eins zum Beispiel. So, wie viele offene Kanten haben wir noch? Zwei. Das ist sehr gut. Kannst du da hin? Du kannst einfach mal ganz woanders hin. Ah, ne, genau. Wenn ich das jetzt... Wenn ich das da jetzt unschön reinsetze, würde ich die Kante auch abschließen, ne? Da ist noch irgendwo eine. Ach, da oben. Können wir gleich zumachen, ja. Das kommt trotzdem mal hier hin. Das kommt hier unten irgendwo hin. Das lassen wir mal so, wie es ist. Weißt du was? Wir benutzen dich jetzt einfach dafür. Weil die Häuser kann ich, glaube ich, gerade eher hier besser gebrauchen, ne? Ja. 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 Sehr schön. Wie es gerade noch schaffe, mich die ganze Zeit ein bisschen über Wasser zu halten, ne? Ja. Weiß immer noch nicht, was hier ist. Aber das ist okay. Es wäre halt auch mal schön, wenn ich keine neue Waldquests bekomme, dass ich den Wald hier gleich irgendwo mal zumachen könnte. Wobei steckt halt nur eine Flagge drin, ne? Weil eine Flagge besser ist, die Teilchen dafür, die Kärtchen dafür zu bekommen, als keine. Ein großes offenes Feld habe ich gerade nicht. Du kannst aber dann dich mal einfach hier zugesellen. Machen wir das auch so. Du darfst hier mit dran. Ach. Noch eine Waldquest. Diesmal sogar mit Flagge wieder. Ich habe doch gesagt, ich will keine neue. Und noch eine. Wow. Ich glaube so, ich bekomme keine Quest mehr jetzt gleich fertig, ne? Das ist ja doof. 4 Bräume brauche ich 46. Das sind keine 46 zusammen, ne? Oh, doch sind es tatsächlich. 202 plus Häuser. Wenn wir den Kreis dazu bauen, können wir hier noch wieder eine Quest beenden. Dann bekommen wir nochmal ein paar Kärtchen. Jetzt war es das aber definitiv. Mit den beiden Kärtchen, die ich da habe, kann ich definitiv nichts mehr fertig machen. Dann lassen wir uns doch wenigstens herausfinden, was das hier gewesen ist, ne? 98 plus Wasser. Ja. Ist mein Wasser ein bisschen weit von weg, ne? Ne, das wird nicht eng. Das wird nicht. Eng würde es werden, wenn ich es gerade noch so hinbekommen könnte, ne? Aber... Ne. Aber hey, ein neuer Highscore. Sehr schön. Ist mir da sehr länglich geworden, ne? Ist mir da um einiges weiter so in diese... In diese Richtung, als so nach links-rechts, ne? Ich finde ja schon beim Drehen, dass das voll desorientiert wird, während ich noch am Drehen bin. Das hier sieht halt auch sehr interessant aus, ne? Wenn das Stückchen Schiene hier nicht mehr drin wäre, dann würde es sogar noch schöner aussehen. Ich würde schon sagen, ich habe mir hier was echt Hübsches zusammengebaut. Gefällt mir. Ja, würde ich sagen, fangen wir noch einen an. So dreist, dass diese Aufgabe gerade nicht da gewesen ist. Dass da sowieso nur drei von denen, die ich gerade habe, da sein können, ist... Ja... Weiß ich nicht. Könnte man ruhig alle, die wir haben, hinmachen, ne? Wir haben ja eigentlich hier am oberen Bildschirmrand genug Platz, dass man die hier so anordnen könnte, würde ich schon bald sagen. Anstatt hier unter der Punktzahl. Fangen wir direkt fast mit Wasser und Schiegen zusammen an, ja. Ne, machen wir das mal, dass wir hier nicht direkt einen Kreis bauen, ne? Sondern, dass da ich direkt noch ein Wasserkärtchen bekomme. Wäre jetzt wahrscheinlich nicht so schlau gewesen. Dann machen wir die Seite. Oh, ihr seid gar... Deswegen ist das so komisch. Die sind gar nicht hier miteinander verbunden. Oh. Oh, das ist ja unpraktisch. Das ist ja unpraktisch. Habe ich gar nicht richtig gemerkt. Wäre das ein Problem, die überhaupt fertig zu bekommen, ne? Oh Gott. Das Stück Schiene, was da schon wieder kommt, ne? Diese Kärtchen könnten von mir aus auch weg. Diese, die Wasserkärtchen und Schienenkärtchen, die halt so eine Konstellation haben, dass die in fünf Richtungen weggehen. Die sind total unschön. Wer wird sowas halt auch überhaupt bauen? Geht doch nicht. Ist doch nur da, um uns zu ärgern. Ganz eindeutig. Ja, genau, was ich haben wollte. Schiene mit Wasser. Dann fließt du mal da lang. Das kann da jetzt gerade nicht hin. Bis später vielleicht, Alex. Dann kommst du doch mal mit da dran, so. Oh, jetzt ist da die Karte im Weg. Hätte ich das mal da nicht zugebaut. Hätte ich die Quest jetzt beenden können. Oh. So ein Mist. Okay, mehr Schienen nehme ich aber gerne. Und das sind, wollte ich schon sagen. Das sind schon mehr. Ist ein sehr kleiner Kornspeicher. Der braucht nicht viele Felder. Das ist jetzt, glaube ich, glaube ich, gerade lieber hier hin. Du kannst mir noch mit dazu. Sehr schön. Dann machen wir das mal so zu. Du bist schon zu groß. Dann machen wir das einfach mal so. Dass wir die vielleicht später verbinden können. Oder ich hätte das auch hier oben dran bauen können. Das wäre wahrscheinlich schlauer gewesen. Nicht nur wahrscheinlich. In die Richtung. Oh, ist die letzte Kante da, die da offen ist. Du passt doch gerade sehr schön da hin. Ein einzelnes Häuschen. Du kannst mal hier hin. Das sind mehr als 15. Naja, das heißt, ihr kommt mal einfach... Da hin. Wieder so ein unschönes Kärtchen, ne? Machen wir das mal so. Dann versuchen wir die beiden Schienen einfach gleich mal irgendwie... Wobei, das hätte ich auch hier machen können, ne? Naja. Du kannst aber mal hier hin. Und dann... Meerwasser da dran. Ne, das machen wir jetzt wirklich hier. Haben wir hier gleich so einen kleinen Wasserkreis, ne? Warum denn nicht? Okay, dann kommst du halt hier hin. Machen wir das so. Noch so ein Kärtchen mit ganz viel Wald. Ach so, das ist noch das Kärtchen. Sagen wir, warum passt das denn nicht hier hin? Oh gut, das... Das kann ich jetzt ausnahmsweise mal so bauen, da ich jetzt als nächstes Kärtchen das bekomme. Sehr schön. Dann war das nicht mal so schlimm. Können wir das machen. Dann können wir die beiden Sachen endlich verbinden. Können wir hier den kleinen Kreis beenden. Hier haben wir noch zwei Kanten. Das ist aber okay. Du hast noch eine. Was? Dann können wir dich da dran bauen. Äh, machen wir das so? Oder so? Machen wir das, glaube ich, besser so. Du kannst da hin. Du kannst hier hin. Dann haben wir die beiden kleinen Häusergruppen auch zusammen abgeschlossen. Das ist doch sehr angenehm. Jetzt habe ich mir das so gebaut, dass ich das Kärtchen mit Wasser eigentlich nirgendwo vernünftig hinlegen kann, ne? Zumindest nirgendwo, dass ich es anschließen könnte. Weil hier, wenn ich jetzt hier noch so eine leichte Kurve bekomme, dann mache ich die ja auch schon wieder zu. Und ja, den Kreis habe ich ja auch zu. Aber das ist okay. Dann könnten wir das einfach hier hin machen, ne? Oh, das Feld ist tatsächlich noch größer. Wollte ich auch schon die ganze Zeit abgeschlossen haben, aber dann benutzen wir es halt noch ein bisschen. Hat so viele Schienen, ne? Oh, guck mal. Jetzt kann ich das hier doch aufhalten. Jetzt, da hätte ich das Kärtchen doch hier irgendwo hinlegen können, ne? Naja. Naja. Das ist schon okay. Könnte schlimmer sein, ne? Hm. Ach, du kommst mal so dahin. Dann machen wir hier so eine kleine Kurve. Jetzt weiß ich, die Städte sind ja beide abgeschlossen. Dann könnte ich das so machen und die Quest beenden. Ne, das ist erstmal ein Stück Schiene noch. Äh, die möchte ich aber in die Richtung haben. Du darfst weiter da lang. Du kannst dich schön. Wäre so, wäre so, wäre dumm. Aber so ist voll in Ordnung. Dann war direkt noch so ein Kärtchen. So was, das kommt hier hin. Dann können wir hier so ein kleines Stück zusammenlaufen lassen, ne? Ne, machen wir das mal hier hin. Das machen wir so, das machen wir so. Dann lassen wir das zusammenlaufen. Das kann dann da aber noch nicht hin. Da ist eh eine Schiene dran. Das heißt, das passt hier besser. Hm. Die Kante war jetzt da hin offen. Dann machen wir das so. Das sind jetzt zu viele, ne? Gut, dass wir den hier noch haben. Machen wir das hier. Könnte ich jetzt auch so ein Stück Wasser hin machen, ne? Wäre auch ganz gemütlich, würde ich sagen. Ich glaube, hier ist gerade schöner. Hier ist gerade angenehmer. Machen wir das hier erst mal so. Dann haben wir hier zwei kleine Kreise, die in dieses Kugel... Dann haben wir hier einen kleinen Schienenweg, der da hingeht und dann nur dieses komische Gebilde hat, ne? Sehr gut. Ja, warum denn nicht, ne? Ja. Dann fahren wir einfach da lang weiter. Hey, Flummi, danke für den Raid und einen wunderschönen guten Abend euch allen von da drüben. Äh, du kommst besser da dran. Das ist schon wieder... Ein Wasserrad, ne? Ist gerade gar nicht mal so gut. Müsste ich versuchen, am besten das hier irgendwie da runter zu bekommen noch, ne? Aber nicht mit dem Kärtchen. Und wie war dein Stream? Was hast du Schönes gemacht? Da ist noch ein Kärtchen. Äh... Das ist natürlich auch gerade ein bisschen ungünstig. Du kommst dann einfach mal... Wir könnten dich da hin machen, ne? Aber das sollte noch okay sein. Ich kann dich da auch nirgend... Auf keine Art und Weise hinlegen, wie ich möchte. Ich könnte das so machen. Äh... Das lohnt sich, glaube ich, gerade hier mehr. Das klingt doch auch sehr angenehm. Würde ich sagen. Oh Gott, meine Kärtchen sind gleich schon zu Ende, ne? Ist natürlich weniger gut. Müsste ich jetzt... Das so machen, dass wir... Dann hätte ich ja aber ein Stück Schiene rumliegen. Ich könnte auch hier das dran bauen. Dann würde ich auch gerade eine Quest beenden, ne? Ist das Teilchen natürlich sehr ungünstig dafür gerade. Außer ich lege es hier hin. Die würde ich auch gerne beenden. Dafür brauche ich nur ein Schienenabschlussteil. Was da dann auch gerade perfekt hinpasst, ne? Mit... Sechs Bäumen zusätzlich da drauf. Na, die Kante, da komme ich auch nur mit Wasser dran. Das geht noch nicht. Aber die Quest können wir mit dem nächsten Kärtchen beenden. Können wir die Bäume einfach mal... Hier hinstellen. Das ist wieder ein Häuschen zu viel auf dem Kärtchen. Dann kommt die halt einfach mal da hin, ne? Was sind das hier eigentlich schon wieder für Kärtchen, die ich hier die ganze Zeit bekomme? Das ist ja grausam. Okay, das kann ich hier dran bauen. Okay. Das ist wieder mit den Schienen mit da drauf, ne? Machen wir das hier hin. Wo habe ich denn jetzt so viele freie Bäume, dass ich so eine große Quest bekomme? Das ist alles verschlossen. Wäre das nächste hier irgendwo, dass ich die beiden kleinen Grüppchen hier zusammenfüge, ne? Ja, wahrscheinlich das Schlauste. Ein Wasserbahnhof. Den könnte ich gerade mal hier hinstellen. Ich glaube, das wäre sehr schön. Dann könnte ich das hier runterführen. Haben wir das Kärtchen aufgedeckt? Dann brauche ich noch sieben Wasserkärtchen, um das sogar zu beenden. Das sollte sich doch hoffentlich noch machen lassen. Das wäre sehr angenehm. So ein Kärtchen hilft auf jeden Fall schon mal sehr dabei. Machen wir das da hinten. Hier müsste ich halt noch was hinlegen, damit ich das Feld abgeschlossen bekomme, damit ich eine kleinere... Dass die Feldquests nicht größer werden. Wobei, dass die auch noch offen ist, dann ist es auch eigentlich erstmal egal. Wenn wir das da dran legen. Noch eine Wasserquest. Du kommst einfach mal dahin. Und du dahin. Dann bauen wir hier noch ein paar Städte an. Oder ein paar Häuser. Wir bauen ja nicht ganze Städte da dran. Das wäre ja albern. Machen wir das so. Dann kommt ihr einfach mal da dran. Kommt es da dran. Oh, ich muss Quests beenden. Ich will das Wassergedönse da noch bekommen. Oh. Ich kann nur nicht. Die nächsten beiden Kärtchen haben Wasser drauf. Uh. Dann bekomme ich die Karte wenigstens noch, auch wenn... ...der Durchgang zu Ende ist. Ich muss das auch nur da dran bauen. Das wäre jetzt doof gewesen, wenn ich das einfach dahin gesetzt hätte. Sehr schön. Ah ja. Und weil ich die Quest beendet habe, bekomme ich natürlich auch noch fünf neue Kärtchen. Perfektionist 1. Erziele insgesamt 25 perfekte Platzierungen. Hallo Shiranui. Schönen guten Abend. Und... Machen wir das so. Das einfach mal da hin. Dann lassen wir dich einfach weiter da runterfahren. Ein Häuschen ist natürlich jetzt ein bisschen wenig für hier, ne? Machen wir das so. Ah, da brauche ich eigentlich jetzt auch mal eine... ...ne große Karte mit vielen Bäumen, dass ich das hier alles zusammenbauen kann, ne? Dann kommst du erst mal da hin. Du passt perfekt da rein. Also meine letzte Karte sah definitiv hübscher aus, als das, was ich mir hier gerade alles zusammenbaue, ne? Muss man ja doch mal sagen. Ah, guck mal. Da bekomme ich doch genau so ein Kärtchen, was ich da gerne hätte. Dann kommst du mal da hin. Genau, die hat sogar noch eine Flagge dabei. Wäre schön, wenn ich das auch noch fertig bekommen könnte. Du kannst erst mal da hin. So. Natürlich passt du da nicht anders hin. Äh, weißt du was? Du kommst aber mal hier... ...oben hin. Jetzt würde ich einfach weiter da runterfließen. Hier hatte ich das. Äh. Wenn ich das so da dran sitze, habe ich nur noch eine offene Kante, ne? Kann ich das jetzt einfach... ...so... ...schließen? Wo habe ich noch eine offene... Da ist noch eine. Haha. Setzen wir das einfach mal schnell da rein. Okay. Du weißt, wie Twitch funktioniert. Das Spiel steht unterm Stream. Weißt so ganz genau, wie das Spiel heißt. Äh. So. Dann haben wir die Quest noch fertig. Jetzt... ...eben keine Kärtchen mehr gehabt. Und jetzt bin ich zurück auf 22. Ja, doch machen wir das einfach mal dahin. Einfach ein leeres Kärtchen. Das setzen wir einfach mal... Ja, aber es ist schon noch ein Unterschied, ob man sagt, dass das Spiel hier erinnert einen daran oder man fragt, ob es das ist. Na. Das ist doch schon noch ein großer Unterschied. Äh. Passt das da hin? Das würde gerade sehr... Das ist auch wieder ein wunderschöner Wasserbahnhof, ne? Ja, das ist mir schon bewusst, dass das ironisch gemeint war. Das sind halt schon zu viele Häuser. Das gibt es ja wohl nicht. Das sollen mehr als 39 sein. Das ist ja wohl... Albern. Wahrscheinlich über nur ein, zwei Häuschen mehr, ne? Ich zähle die jetzt bestimmt nicht, aber das werden schon... ...mehr sein, nicht wahr? Aber ich finde das nicht in Ordnung. Hm. Na, an sich kann ich bauen, was ich will. Aber ich muss halt diese Quests, die auf diesen Kärtchen sind, halt schon versuchen zu beenden, damit ich hier mehr bekomme. Damit ich weitermachen kann. Und ich könnte... Ich könnte das jetzt auch einfach hier hinsetzen und die Quests direkt wegmachen, aber... Ich will ja schon versuchen, das Spiel noch ein bisschen länger aufrechtzuerhalten, nicht wahr? Dann so eine Quests mit 79 plus. Äh... Wo kommst du aber da hin? Das sind auch schon zu viele Schienen. Ich habe auch gerade wirklich keinen anderen guten Platz für euch, ne? Ich könnte dich hier rausbauen, dann könnte ich die Quests... Aber die Quests ist ja erstens eh halb und zweitens sind das hier auch schon zu viele. Setzen wir dich mal da hin. Haben wir das so? Dann ist das wirklich hier der beste Bahnhof überhaupt mit den Schienen da dran. Ich habe doch nicht mal einen kleinen Zug, der hier irgendwo rumfährt. Kein Kärtchen mit einem Zug bekommen. Haben wir nur die ganzen Schienen hier rumliegen, aber niemand, der da drüber fährt. Äh... Setzen wir dich da hin. Ne, muss man nicht, aber es gibt Kärtchen, wo dann ein Zug mit drauf ist und dann fährt da halt einer rum. Das war auch gar nicht so schlau. Ach. Ein Feld mit 38 plus Felder. Die sind alle... Die Quests habe ich noch, weil ich das Kärtchen nie... Die Feldergruppe nie verschlossen habe, deswegen... Jetzt wäre die Quest wahrscheinlich kleiner gewesen. Das ist natürlich jetzt ungünstig. Da habe ich noch irgendwo was brauchbareres. Nicht wirklich. Na doch, setz mal dich mal da hin. Jetzt bekomme ich aber auch die ganze Zeit nur Wald- oder Baumkärtchen und die haben alle keine Quest. Die nächste wird eine Quest haben, aber die ist wahrscheinlich dann auch wieder so groß, dass ich die mit den nächsten drei Kärtchen nicht beendet bekomme. Na, will ich eher noch rausfinden, was das war, auch wenn ich die Quest eh nicht mehr beenden werden kann. Ich bin zumindest neugierig. Ist das auch schon wieder ein Wasserrad? Das ist das hier auch noch gespawnt, weil ich das andere eben noch nicht aufgedeckt hatte, als ich das schon gefunden habe, ja. Weil das haben wir ja eigentlich auch schon. Wie viel, wenn ich das hier dran setze, brauche ich immer noch 137 Bäume. Hier sind es auch. Weißt du was, dann lass mich das sehen, auch wenn ich eigentlich weiß, was es ist, ja. Oh, das passt wieder fast noch auf meinen Bildschirm, ohne dass ich rumscrollen muss. Ja, das sieht weniger schöner aus, als was ich eben gebaut habe, na. Machen wir nochmal. Direkt alles an Quests am Anfang. Anfang sind die immer noch so schön klein, aber dann werden die immer so groß, das grausam. Machen wir das mal so. Ich bekomme jetzt schon wieder so viel, jetzt bekomme ich schon wieder so viel Bäume. Kannst du einfach da hin, du kannst da hin. Haben wir ein kleines Flussstück mit einer Schiene. Du kannst dann einfach mal... Ich glaube... Die auch hier irgendwie dran setzen, na. Machen wir das da hin. Jetzt habe ich hier schon zwei Boote am rumfahren. Süß. Dann machen wir das hier hin einfach zu, würde ich sagen. Das ist schon in Ordnung. Machen wir das so. Machen wir... ...dich da hin. Machen wir da einfach so ein... Das ist jetzt natürlich unpraktisch. Äh... Da bräuchte ich halt irgendwie wieder so ein ganz blödes Kärtchen für, dass ich das überhaupt da noch weiterbauen kann, na. Ich könnte die halt irgendwo anders hinlegen. Machen wir das einfach mal... ...hier. Tun wir einfach so, als ob das gar nicht existiert. Äh... Ihr könnt dann auch einfach da hin. Können wir hier nochmal wieder ein paar Häuser... ...ran angrenzen, würde ich sagen. Machen wir das so. Dann setzen wir dich hier hin. Dann haben wir die kleine Häusergruppe eingegrenzt. Dann setzen wir das da hin. Sehr schön. Ich sage ja, können wir... ...können wir das Stück Schiene da vergessen. War aus Versehen. Sehr schön. Machen wir das hier. Das ist da gerade ganz gut dran. Dann haben wir hier noch mehr Wald. Das machen wir aber mal an der Kante. Dann haben wir das noch in die Richtung offen. Können wir so weiterbauen. Das sind... Das sind schon mehr als vier Wasserkärtchen. Das ist natürlich doof. Äh... Jetzt will ich da schon irgendwo... Das könnte ich hier auch irgendwie später so bauen, dass... ...dass ich das einfach verschließe, ne? Dann könnten wir das Wasser irgendwo ganz anders hinlegen. Könnten wir hier in der Nähe von... ...den Feldern dann haben, ne? Das macht natürlich das Bänden von der Quest schwieriger. Und dann könnten wir mit den beiden Schienen irgendwann in die Quere kommen. Dann könnten wir es hierhin machen. Jetzt bekomme ich hier schon mal die ganzen... ...Baumquests. Schrecklich. Noch. Weißt du was? Die setzen wir auch einfach mit da dran, so. Haben wir da oben bei dem Wald auch ein bisschen Wasser. Warum denn nicht? Machen wir das so? Machen wir... ...das da dran. Da warte ich aber, glaube ich, noch auf ein anderes Kärtchen für, um das zu beenden. Genau. Das passt doch besser. Oh, ich wollte nicht ranzoomen. Du brauchst noch ein paar mehr Häuser. Das heißt, wir setzen dich einfach mal hier mit dran. Du passt wunderschön da rein. Du nach da unten. Auch dich lassen wir dann einfach da lang fließen. Verbinden wir euch beide einfach und... Weder schließe ich jetzt das Feld hier ein. Oder ich setze das hier an die Häuser dran. Ich glaube, das hier wäre gerade schöner. Können wir das... ...so zu machen. Die sind zwar jetzt noch nicht verbunden, aber das können wir auch noch gleich ändern. Machen wir das so? Machen wir das so? Dann können wir hier den kleinen Kreis gleich auch zusammenfließen lassen. Warum denn nicht? Das ist da auch noch so... Jetzt ist die Frage, will ich den Wasserbahnhof hier irgendwo hinsetzen oder will ich den an einen der Stellen setzen? Da ich die hier schon mehr erschienen habe, wäre es wahrscheinlich besser, das hier irgendwo zu machen. Dann können wir den ruhig mal da hinsetzen. Das ist schon vollkommen in Ordnung. Machen wir das so? Dann lassen wir dich einfach nach oben rausfahren. Warum denn nicht? Machen wir das so. Ah, das passt da schon ganz in Ordnung, ne? Jetzt werde ich da lang weiterlaufen. Dann... Das wäre natürlich nicht so schlau, das jetzt so zu bauen. Dann bräuchte ich da auf jeden Fall ein Schienenendstück, ne? Machen wir das so. Dann werden wir direkt noch ein Kerlchen bekommen, damit es wieder nach oben, die Schienen weiter sich nach oben bewegen. Müsste hier die letzte Kante sein, ne? Dann kann ich den Wald da gleich zumachen. So. Das machen wir auch so. Das können wir auch hier einfach mit da dran setzen, ne? Das ist schon in Ordnung. Das sind schon wieder zu viele. Das ist ja unschön. Ja. Machen wir das nächste Feld halt hier auf. Ja doch, das machen wir trotzdem noch hier. Sollten wir zusammen schneller fertig bekommen. Dann lassen wir dich einfach weiter hier rausfließen. 71 plus Häuser. Kommt ihr mal dahin. Die Schiene geht hier auch wieder schön hin und her, ne? Das Kärtchen können wir an keiner der Stellen benutzen. Ich brauche hier dreimal dieselbe Art von Kurve, damit ich die hier alle verschließen kann, ne? Ja, hier könnte ich auch so eine Kurve mit einem Stück nach unten rausnehmen, aber das ist ja fast das Gleiche. Machen wir das mal besser nicht so. Das geht hier auch ganz gut. Noch eine Häuser-Quest. Hier kommt dann mal an die Kante. Und noch eine. Sehr schön. Machen wir das so. Machen wir das mit euch mal hier in die Richtung so einigermaßen. Zu. Das ist zu lang, aber das könnten wir dann hier lang erstmal weiter bauen und dann später verbinden, wenn wir das denn möchten. Äh, das Feld kommt einfach mal hier hin. Das ist auch schon wieder ein Stück Schiene, ne? Ist ja grausam. Machen wir das so. Genau, hier brauche ich ja auch noch Felder. Machen wir das da so hin. Und da ist noch Schiene mit an dem Kärtchen mit dran. Das ist ja unschön. Äh. Ja, das geht auch nicht. Dann kann ich die Quest nämlich vergessen. Irgendwie anders hier hinlegen. Dass es mir was bringen kann ich gerade auch nicht. Dann machen wir das doch mal. Da geht's leider auch nicht. Wenn der Fluss jetzt ein weiter nach, wenn das, ich die Kurve kann von mir aus da bleiben, aber ein weiter nach rechts, ne? Gedreht. Das, das wäre gerade sehr hilfreich. Dann könnte ich das einfach da hinlegen. Äh, dann kommst du einfach mal da hin. Und dann... Machen wir das so. Warum denn nicht? Schließen dann, schließen wir das Feld ab. Wie viele Häuser kannten habe ich hier denn noch? Gar nicht so viele. Ach, das ist auch wieder... Wenn mir andere Teile, glaube ich, gerade lieber, aber das ist schon okay. Machen wir das so. Dann kommst du, fällt da hin. Wurde sagen, das darf ich jetzt nicht machen. Das hier hin zu tun, das war, glaube ich, auch schon möglicherweise ein Fehler. Habe ich irgendwo echt noch eine offene Waldgruppe? Ihr seid noch... Oh, das ist schlecht. Jetzt habe ich die an den ganzen anderen Kanten schon fertig gebaut, ne? Das ist nicht gut. Dann lass mich das gleich mal da... ...zumachen. Jetzt mach das gleich nur noch mehr Probleme. Wenn ich da jetzt mal gerade ein Kärtchen bekomme, was ich nicht irgendwo anders besser gebrauchen könnte. Was ist das denn schon wieder für eine Schiene? Das ist ja grausam. Dann kommst du einfach mal da hin. Hier kommt da hin. Jetzt bekomme ich mal so ein Kärtchen, aber... ...wahl nicht so, wie ich es dann gerne hätte. Dann müsst ihr doch mit hier hin. Können wir das anfangen, hier irgendwie zusammenzubauen, na? Jetzt machen wir den hier endlich mal zu. Genau, dann ist die Quest nämlich schon direkt um einiges kleiner. Ach je, ihr seid ja noch gar nicht zusammen. Das war jetzt auch wieder sehr unschlau. ...unschlau. Stadt Quest hatte ich gerade nicht. Das heißt, wir können das wirklich so machen. Und wir euch da reinlaufen lassen. Sehr schön. Hm, den Wasserbahnhof könnte ich natürlich jetzt hier ganz angenehm gebrauchen, damit ich die Quest weitermachen könnte. Dann ist das halt für mich jetzt nur eine gerade Strecke, aber das ist ja auch in Ordnung. Noch eine Quest. Fangen wir hier direkt wieder mit einem nächsten großen Wald an, ja. Äh, genau, dann fahren wir da weiter raus. Das können wir auch nicht so machen. Das wird jetzt ja auch gerade ein bisschen... ...unpassend, ne? ...machen wir das erst mal so. Dann müssen wir halt schon uns so denken, dass das hier gleich weiter geht, ne? Das sind mehr als elf. Okay, dann wollen wir es eh noch nicht verbinden. Das würde hier noch auch gehen, ne? Und dann ist das hier immer noch weiterhin offen, aber das geht schon. Wäre natürlich jetzt da auch noch gut gewesen, aber naja. Hm, hm, hm. Laufende Kanten habe ich hier gerade noch zwei. Das heißt, ich könnte ruhig einmal so machen. Und dann bauen wir es so weiter. Machen wir das so. Und dann bauen wir das so. Und dann bauen wir das so. Können wir halt so wenigstens nach und nach die Quests beenden, ne? Auch wenn halt diese eine große, die da mit drin ist, doch ein bisschen stört. Genau, machen wir das so. Lassen wir dich erst mal da lang weiterfahren. Das wäre besser da oben noch gewesen erst, ne? Hey, kann ich das hier endlich mal zusammenbauen? Wobei ich das Wasser gerade eher hier brauche. Sieht zwar hier immer noch nicht schön aus, dass das alles zusammen ist, aber da oben können wir die Quests weiter machen, ist erst mal wichtiger. Du passt hier dran, da nicht. Nein. Doch, setzen wir dich mal so hier hin. Das kann erst mal mit hier dran. Wenn ich das dann nachher zusammenflicke, dann funktioniert das ja auch noch. Die ganzen Kärtchen hier dran, die sind aber auch unschön für die Quest gerade, ne? Wenn ich hier jetzt gleich jede Kante noch auch wieder verschließen möchte, ne? Dann können wir erst mal so was wie hier jetzt da dran bauen. Oh, du kommst erst mal hier hin, dass wir die Quest fertig haben. Das kann so. Ihr könnt mal da hin und da hin. Es wird auch schon wieder so ein Wald, den ich nachher nicht mehr zugebaut bekomme, ne? Machen wir das so. Hier brauche ich noch mehr Wasser. Die Kante gehört da auch noch zu. Oh, nee. Besser nicht. Ich muss lieber hier weiterbauen. Hm. Wo ich jetzt gerade dieses Dreiecksteil schon irgendwie gerne dran bauen. Kann ich aber nicht, wenn ich das da irgendwo in die Nähe hinlege. Außer ich mache so. Dann geht das schon noch. Dann ist es jetzt nur noch nicht verbunden. Aber das ist okay. Das sind noch weniger offene Kanten, als ich gedacht habe. Dann können wir das jetzt gleich auch endlich wieder zusammenbauen, ne? Machen wir das so. Hm. Will ich die Quest noch fertig machen oder eher nicht? Müsste ich danach hoffen, dass ich schnell so ein Kärtchen bekomme, was mir hilft, ne? Dann machen wir es erst mal so. Das sind sogar noch drei offene Kanten hier unten. Das ist ja unschön. Jetzt könnte ich das Feld natürlich auch erst mal noch weiter benutzen, ne? Aber das wäre auch gar nicht so verkehrt. Machen wir das so. Du kommst dann einfach da mit dran. Das war jetzt gar nicht so schlau, ne? Habe ich schon wieder das Problem, dass ich die jetzt gar nicht fertig bekomme, wenn ich die beiden da oben verbinde. Haha. Ich habe wieder noch Mist gemacht. Das ist auch schon wieder ein Kärtchen, was ich nicht haben möchte, ne? Dann machen wir das da hin. I. Ah, das geht da noch. Und noch so ein furchtbares Kärtchen. Mehr Waldquests. Äh, das wäre jetzt gar nicht so gut, ne? Wobei, das ist noch in Ordnung. Können wir so machen. Brauche ich jetzt hier nur das richtige Kärtchen, um das gleich noch zusammenzusetzen. Du kannst mal da hin. Du kannst Hier hin. Nee, das hätte ich eher hier so machen sollen, ne? Ups. Das geht natürlich auch. Dann können... Das können wir erst da hinsetzen. Machen wir das so. Dann bekommen wir schon mal wieder eine fertige Quest. Aber die müssen wir, glaube ich, trotzdem auch da hinsetzen. Machen wir das mal besser so. Das Feld will noch mehr, aber da ist auch schon wieder Wasser mit dran. Das heißt, ich möchte das eher... ...da oben irgendwo haben. Da haben wir genau. Da haben wir auch nur die eine offene Kante. Huch. Ranzoomen, bitte. Ah, das geht noch. Da könnte ich ja hier so eine Kurve hier rumbauen, ne? Das machen wir jetzt trotzdem mal so. Das geht ja doch noch. Wäre schöner, wenn das Wasser nicht da wäre, aber hey. Wir können nicht alles haben hier gerade. Besonders da wir gleich eben da fertig sind, so wie es aussieht. Weil viel mehr Kärtchen habe ich gerade nicht. Wobei, jetzt bekomme ich erst mal wieder ein paar. Das passt noch da hin. Drei neue Wasserkärtchen und ich brauche gerade gar keine. Das ist auch schon wieder zu viel. Könnte ich hier irgendwie reinlegen und dann versuchen, mir hier irgendwas rauszubauen vielleicht. So, dass wir das dann hier zusammenfügen und dann schauen, ob das was wird. Oh, guck mal, sind wir doch schon nah dran. Oh. Oh, das sind zu viele Häuser. Haben wir hier irgendwas? Da haben wir noch ein paar, die man vielleicht dafür benutzen könnte. Ja. Dann bekommen wir direkt eine, wo ich so viele Häuser brauche. Das ist ja grausam. Oh. Ja, das war's dann wohl erst mal wieder, ne? Schade. Naja. Das sah aber, finde ich zumindest wieder etwas schöner aus, als das, was wir davor hatten, ne? Das war auch wieder alles noch hier überall ein bisschen löchrig, aber hey. Sehr schön. Aber ich glaube, dann lassen wir das mit Dorfromantik für heute erst mal wieder. Dann würde ich jetzt eine Pause machen und dann alles zu Fallgeist rüber wechseln. Und dann spielen wir da wieder ein bisschen rum, würde ich sagen. Ja. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in ein paar Minuten wieder. Ja. Der Satz war da schon zu Ende. Also bis gleich.